Ich möchte mal eine Berichter-Kollegin-Überprüfung informieren, dass mir hier kein großer Fehler unterläuft. Jetzt bei uns die Ammoid, eine Rotfallstute, die uns heute wesentliche Merkmale des Rasse-Typs und der Markanz insgesamt gefehlt haben. Wir können mit der Bewegung auch laufen, wenn auch ein Gleischen bewegungsablaufen, aber bezüglich der prägnanten Rasse-Merkmale, die wir uns so wünschen, doch einiges vermissen. So viel vielleicht für die Ammoid ein. Dankeschön an Frau Antka Lehmann aus Körbe. Dann bitte die 50 zur Besprechung. Lieber. Auffallend bei hier war der energische, augenreifende Trab, aus der Hinterhand kommend und auch nach vorne hin zur Vorhand der Wirkung kommt, also deutlich übertrankt. Wir sehen es jetzt hier im Weitenwölk, liebe Züchter, im Ex-Behör noch einiges so angelegt, die weiche Oberlinie mit der schwere Hals, wie wir es nicht so haben wollen bei kurzer Gruppe, was sich auf das Bild nachher nicht förderlich ausgewirkt hat. Aber bei gutem, energischem Bewegungsablauf und richtigen Kontexten kommen. Ein Dankeschön an das ganz Eitel. Applaus Applaus